Mein Name ist Monika Schwenke. Als Migrationsbeauftragte des Bistums Magdeburg begleite ich seit 2014 den Spendenfonds Flüchtlingshilfe Sachsen-Anhalt. Dieser Fonds ist ein Herzensanliegen unseres Bischofs, Dr. Feige. Mit ihren Spenden konnten wir vielen geflüchteten Familien in unserem Bistum bisher helfen. Über 1000 Anträge sind eingetroffen, wurden bearbeitet und bewilligt. Über 350.000 Euro konnten ausgereicht werden. Mit ihrer Spende haben sie vielen Menschen geholfen, hier in unserem Land anzukommen. April. Ich komme aus Guinea. Ich mache eine Ausbildung. Dazu habe ich eine Spende bekommen. Ich bedanke mich sehr für Dr. Bischof Feige. Hallo, Ahmad ist mein Name. Ich komme aus Surya. Und zwar habe ich vor zwei Jahren eine Spende bekommen und ich bin sehr glücklich. Und ja, ich würde sagen, danke für Ektas. Hallo, mein Name ist Albana. Ich komme aus Albanien. Die Spende war für Passbeschaffung. Ich möchte dafür sehr bedanken. Danke mit Herz. Tschüss. Mein Name ist Daniela Fatih. Seit eineinhalb Jahren bin ich in der Flüchtlingshilfe Sachsen-Anhalt tätig. Deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, geflüchteten Menschen in peregräsen Situationen zu helfen. Bitte, bitte spenden Sie, denn es kommt den Menschen zugute. Ich wünsche Ihnen eine glückliches Wille und neue Noelle. Ich wünsche Ihnen allen Menschen-Anhalt-Anhalt-Anhalt-Anhalt-Anhalt-Anhalt-Anhalt-Anhalt-Anhalt-Anhalt. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen, dass Sie die Nähe von Ihnen geben. Wir wünschen Ihnen die Lüngtara und die Bekhwara für die Christlinie. Frohe und gesegnete Weihnachtsgrüße. Untertitelung. BR 2018